Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen 59. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit großer Bestürzung, Sorge und Trauer haben wir alle am Dienstag von dem gruben Unglück in der Türkei gehört, dem weltweit schwersten Unglück dieser Art seit 1975. Mittlerweile wissen wir, dass über 270 Bergleute ihr Leben verloren haben, über 100 Bergleute werden noch vermisst und die Hoffnung, sie lebend bergen zu können, schwindend stündlich. Unsere große, persönliche und parlamentarische Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten den Familien und Freunden der verstorbenen Bergleute. Gerade Nordrhein-Westfalen als Bergbauland weiß, was Bergwerksunglücke bedeuten und welches große Leid damit verbunden ist. Gerade Nordrhein-Westfalen als Land mit den meisten türkeisstämmigen Mitbürgern fühlt sich den Familien und der Region um Soma in tiefer Trauer und Anteilnahme verbunden. Das habe ich bereits gestern in ihrem Namen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem türkischen Botschafter in Berlin und den Generalkonsulen mitgeteilt. Lassen Sie uns mit den Familien in der Türkei und in Nordrhein-Westfalen trauern, gedenken und dort, wo wir noch hoffen können, auch hoffen. Ganz bewusst, weil die eigentliche Bedeutung des Grußes in Tagen wie diesen überaus deutlich wird, sagen wir ein Glück auf nach Soma. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für die große Stille, die deutlich gemacht hat, dass wir alle gemeinsam betroffen sind und alle gemeinsam voller Sorge und voller Hoffnung in die Türkei blicken. An Tagen, an denen das Plenum tagt, gibt es auch immer andere Grüße auszurichten. Grüße heute an die Geburtstagskinder des heutigen Tages. Frau Kollegin Regina van Dinter aus der Fraktion der CDU feiert ihren Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und ebenso Herr Kollege Manfred Krieg aus der Fraktion der SPD. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Alles Gute für das neue Lebensjahr. Viel Glück, Gesundheit, Kraft, persönlichen und politischen Erfolg und uns allen zusammen die Hoffnung, dass die Geburtstagskinder heute nicht bis Mitternacht hier ausharren müssen, sondern etwas früher zu ihren Familien und ihren Feiern können. Für die heutige Sitzung haben sich sieben Abgeordnete entschuldigt. Ihren Namen werden wir in das Protokoll aufnehmen. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien. Damit können wir in die Abarbeitung unserer heutigen Tagesordnung einsteigen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 12. Mai diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet Folgen des Atomausstiegs für Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen braucht Transparenz bei den Zukunftslasten in Milliardenhöhe. Die Beantragung dieser aktuellen Stunde trägt die Drucksachennummer 5843. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner vonseiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Schulz das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ihnen gebührt auch mein zu Beginn der aktuellen Stunde mein persönlicher Dank für Ihre Worte Richtung SOMA und auch ich und auch wir von der Fraktion teilen das Mitgefühl den Angehörigen gegenüber und den sonstigen Betroffenen. Kommen wir zur aktuellen Stunde. Milliardenlasten der Atompolitik, Milliardenlasten, die die Energiekonzerne durch die Errichtung von Atomanlagen für die Folgezeit, für Jahrzehnte, möglicherweise für Jahrhunderte geschaffen haben, durchaus ein gesellschaftliches Problem. Um es gleich vorwegzunehmen. Es geht uns als Antragstellern der aktuellen Stunde nicht darum, die Landesregierung infrage zu stellen in diesem Thema. Es geht uns auch nicht darum, zu monieren, die Landesregierung habe nicht im Blick, dass Rücklagen bei den Energieversorgern gebildet werden oder worden sind, um die Folgekosten dieser Atompolitik vergangener Jahrzehnte zu schultern. Es geht hier und heute um die Sorge, dass Wege gefunden werden und ich sage müssen. Wir müssen den großen Energiekonzernen den Weg verbauen, die Kosten des Atomausstiegs zu sozialisieren. Diesen Vorstoß der Atomkonzerne aus der letzten Woche und der vorletzten Woche gilt es in einer Weise zu begegnen, dass wir sagen müssen, die Stromkonzerne dürfen sich nicht, auch nicht teilweise aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung herausstehlen. Demgegenüber steht die Politik nun im Zugzwang und durchaus auch in NRW als Sitz der Verwaltung der zwei oder zwei der größten Energiekonzerne Deutschlands, E.ON und R.W. Insofern geht es keineswegs darum, was die Regierungsfraktionen vielleicht mutmaßen, es ginge vielleicht nur um Hamt-Üntrop, weil wir das schon häufiger thematisiert haben, aber natürlich geht es auch darum. Es geht aber ferner auch um die Urananreicherungsanlage in Gronau, den Forschungsreaktor Jülich, Kernkraftwerk AVR Jülich, Kernkraftwerk Würgersen, Transportbehälterlager Aarhaus, Zwischenlager für die Turiumkugeln auf dem TH TH 300 in Hamt-Üntrop und die Pilotkonditionierungsanlage in Duisburg, um die Wesentlichen einmal zu nennen. Es ist also keineswegs so, dass hier nur Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, wo auch immer die Atomkraftwerke alle angesiedelt sind, geht. Nein, es geht auch um NRW. Und es geht um die Beurteilung der Rückstellungsfrage. Die Energiebranche befindet sich, und das wissen wir, in einer Krise, nämlich auch infolge des Atomausstiegs. Das zeigen insbesondere die Milliardenverluste von RWE. Die Krise bedroht die Milliardenrückstellungen der Konzerne. Und es wäre vonnöten, dass die Rückstellungen quasi mündelsicher zur Verfügung stünden. Das tun sie aber nicht. Die Rücklagen stecken überwiegend in Anlagegeschäften der Konzerne, die sich unter anderem wiederum auf Kraftwerke überwiegend beziehen. Und da muss man sagen, krankt das Kraftwerksgeschäft, krankt zwangsläufig auch die Sicherheit und Entwicklung der Rücklagen. Geschieht dies, das heißt also, die Erkrankung des Systems, läuft die Gesellschaft Gefahr, für die Pflichten der Konzerne, die sie übernommen haben, gerade stehen zu müssen, wie aus dem jahrzehntelang gewinnbringenden Atomgeschäft resultiert. Und so ist es nur allzu verständlich, dass die Konzerne heute versuchen, die Folgelasten auf die Gesellschaft abzuwälzen. Das haben sie immer schon gut gekonnt. Das haben sie immer gut gekonnt. Gewinne einstreichen, Verluste sozialisieren. Dem stehen wir Piraten mahnend entgegen, dass es zu einer solchen Vergesellschaftung der Folgelasten eben nicht kommen darf. Weder durch die Abwälzung der immensen Kosten der Endlagerung und der Einlösung der Rückbauverpflichtungen der Konzerne noch etwa durch eine heutige oder künftige Abwälzung der Kosten auf die Verbraucher von Energie darf dies geschehen. Und eins muss man sagen, wenn sich die Energiekonzerne verzockt haben und danach sieht es aus, werden sie heute oder auch künftig für Managementfehlleistungen gerade zu stehen haben. Der weder bestätigte noch dementierte Vorschlag aus der Atomindustrie, die Atomkraftwerke in eine bundeseigene Stiftung zu überführen, zeigt daher zum Beispiel auch, wie dringend und aktuell unser Antrag aus dem Februar dieses Jahres, also aus der letzten Plenarsession, war Finanzierung der Entsorgung von Atomanlagen durch die Eigentümer sicherstellen. Drucksache 16 5477. Wir hatten gefordert, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene für die Bildung eines aus den Rückstellungen und vor allem durch die Stromkonzerne zu bestückenden Fonds einsetzt. Noch in der letzten Plenarphase sagte der Minister Schneider in Vertretung für Minister Dünen, die Forderung der Piraten, die Landesregierung solle in der Sache tätig werden, ist längst erfüllt. Die Landesregierung bezog sich dabei auf einen Beschluss der Umweltministerkonferenz vom Juni 2013. In diesem Beschluss wird die Bundesregierung aufgefordert, die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes von 2010 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, weitere Prüfergebnisse zum Thema Rückstellungen im Kernenergiebereich weiter zu verfolgen und sich für eine intensivierte staatliche Prüfung der Rückstellung einzusetzen. Nach demselben Bericht wissen wir, dass die Prüfung außerordentlich kompliziert ist und dass sowohl die Landesregierung und die entsprechenden Finanzverwaltungen, die nämlich mit dafür zuständig sind, dazu überhaupt technisch, sachlich, fachlich nicht in der Lage sind. Die Risiken, die mit den Rückstellungen abgedeckt werden, werden nicht ordnungsgemäß eingeschätzt, geht ebenfalls aus diesem Bericht hervor. Der Beschluss der Umweltministerkonferenz, auf den man sich hier bezog, wird im Juni ein Jahr alt. Er beinhaltet einen Arbeitsauftrag, was bisher geschehen, aus unserer Sicht nichts. Der Bundesrechnungshof kommt indessen zu dem bemerkenswerten Beschluss, dass die Bewertung, das sagte ich gerade, der Rückstellung durch die Länder und dem Bund unqualifiziert ist. Die deutsche Atomenergie bzw. Industrie hat dementsprechend aber nicht geschlafen. Sie hat ein Konzept erarbeitet, das sie den Presseberichten zufolge mit der Bundesregierung verhandeln will. Und dieses Vorhaben ist nicht nur nicht tot oder vom Tisch, es ist brandaktuell. Auch in NRW insofern, als zahlreiche Kommunen Beteiligungen an Strohkonzernen haben und dementsprechend die Bevölkerung in die Sozialisierungsabsichten der Konzerne einbezogen sein werden. Wir fordern die Landesregierung auf, nein, wir fordern auch die regierungstragenden Fraktionen am besten auf. Herr Prägen und Herr Römer, den ich gerade nicht sehe, schließen Sie sich noch heute unseren Antrag aus April zu der eben genannten Drucksache an. Ich habe den Antrag oben am Tisch liegen. Sie brauchen ihn nur zu unterschreiben. Und die Landesregierung wird aufgefordert, das umzusetzen, was die Sozialisierung der Folgelasten und möglicherweise der Management-Fehlleistungen der Energiekonzerne verhindern hilft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Eiskeith. Das bietet der Antrag nicht. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Präsident, der Vortrag des Kollegen von den Piraten suggerierte ja, als würden wir nicht über einen spekulativen Artikel im Spiegel sprechen, sondern über den Entwurf einer Stiftungssatzung, über die Frage der Finanzierung des Atomausstieges. Ich finde, das ist maßlos überzogen. Man sollte das wirklich mal ein bisschen wieder zurückdampfen. Und was wir hier vorlegen haben, ist spekulativ, ist ein Artikel im Spiegel, der weder vom Bund noch von den Unternehmen auch nur ansatzweise bestätigt worden ist. Insofern, um ein bisschen Dampf rausnehmen, ich glaube, das ist eine Diskussion völlig zu Unzelt, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen sagen, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich den Artikel im Spiegel gelesen habe, mir ist in den Sinn gekommen, ja, das bestätigt noch einmal, die Atomindustrie ist unkalkulierbar, und zwar in verschiedener Hinsicht. Sie ist unkalkulierbar in den ökologischen Risiken, die auf ganze Standortregionen und kommende Generationen verlagert wurden. Sie ist unkalkulierbar in den sozialen Risiken, die auf Menschen abgewälzt werden, die unzureichend geschützt früher in der Nukleartechnik gearbeitet haben oder zum Beispiel in der Nähe von Asse wohnen und um ihr Trinkwasser fürchten müssen. Und die Atomindustrie ist unkalkulierbar, was ihre ökonomischen Risiken angeht. Das gilt für die eingeschränkte Versicherungspflicht der Betreiber. Und natürlich auch durchaus darüber, dass sie versuchen, die Kosten des Rückbaus und der Endlagerung nicht selber tragen zu müssen, sondern zu sozialisieren. Insofern sehen wir, die Kosten sind unkalkulierbar, die Risiken sind unkalkulierbar. Und deswegen ist es richtig gewesen, dass Rot und Grün den Atomausstieg vereinbart haben. Die CDU und die FDP, meine Damen und Herren, haben viel zu lange an der Atomkraft mit ihren unkalkulierbaren Risiken, die gerade von mir noch einmal beschrieben worden sind, so skizzenhaft beschrieben worden sind, festgehalten. Sie haben dieses Rot-Grüne Atomausstiegsgesetz sogar noch einmal einkassiert. Und erst Fukushima hat dazu geführt, dass auch sie zur Besinnung gekommen sind. Und auch die rechtliche Lage ist im Atomgesetz geklärt. Nach dem Verursacherprinzip trägt der Betreiber die Kosten für die Stilllegung der Anlagen sowie für die Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Bei kommerziell genutzten Kernkraftwerken sind das die Stromversorgungsunternehmen. Und damit ist das auch schlicht und ergreifend geklärt. Und keine Frage nach den Bilanzvorschriften haben die Unternehmen durch Bildung von Rückstellungen dafür zu sorgen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt der Stilllegung auch die benötigte Menge Geld da haben. Da kann man durchaus, das will ich gar nicht in Abrede stellen, seine Zweifel daran haben. Man kann auch seine Zweifel daran haben, ob es den Energieversorgern gelingen wird, zum richtigen Zeitpunkt aus dem, was sie an Rückstellungen haben, Rücklagen zu bilden, sodass sie auch in der Lage sind, das entsprechend zu bedienen. Also das sind Fragestellungen, denen man sich ohne jeden Zweifel widmen muss. Die Frage ist nur, wann muss man sich diesen widmen. Und ich glaube, das ist eben schlicht und ergreifend der völlig falsche Zeitpunkt, jetzt darüber zu spekulieren, was dann die richtigen Wege sein könnten. Weil wir haben ein paar Herausforderungen vor uns. Wir haben die Fragen vor uns, wie sieht denn ein zukünftiges Marktdesign aus im Strommarkt. Wir haben die Fragen vor uns, wie sieht das denn konkret aus mit der Frage Endlagersuchgesetz und seinem Ergebnis. Und wenn man all dies weiß, dann wird man sich auch mit der Frage beschäftigen müssen und können, wie denn konkret die Umsetzung des Atomausstiegs organisiert werden muss und organisiert werden kann. Unstrittig ist aber dabei, sie kann niemals so organisiert werden, dass die unkalkulierbaren Risiken aus den Unternehmen rausgehen und in die Gesellschaft reingehen. Es kann nicht sein, dass wir diese Risiken sozialisieren. Das kann überhaupt keine Lösung dieser Problemlage sein, meine Damen und Herren. Also insofern kann ich nur dazu mahnen, Ruhe zu bewahren. Der Zeitpunkt, wo wir alle Voraussetzungen kennen, um dann gemeinsam, auch mit den Unternehmen, festzulegen, wie denn konkret die Umsetzung von Städten zu gehen hat, liegt noch so weit vor uns, dass ich ganz beruhigt bin, dass die Piraten diese Diskussion maximal von der Zuschauertribüne verfolgen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Eiskirch. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Kufen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat liegt die Begründung für die Aktuelle Stunde in der Berichterstattung im Spiegel. Dort stand eine Bad Bank fürs Atom. Um den Abriss der Kernkraftwerke zu bezahlen, soll die Energiekonzerte einen Großteil des Kostenrisikos auf den Staat abwälzen. Ich denke, diese Debatte ist schon beendet, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat. Aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen mag das wahrscheinlich ein verständliches Ansinnen sein, obwohl Sie es noch nicht einmal selber bestätigt haben, dass Sie ein solches Ansehen haben. Genauso sind erwartbar gewesen die politischen Reflexe, die es in dem Zusammenhang gibt, die aus meiner Sicht uns auch nicht weiterhelfen. Aber es ist wahrscheinlich so, wenn ein solcher Vorschlag einer Woche vor einer nationalen Wahl stattfindet, geht es weniger um Fachlichkeit, sondern mehr um politische Reflexe. Konkret soll es gehen darum, dass die bestehenden Meiler in eine öffentlich-rechtliche Stiftung eingebracht werden, um die milliardenteuren Abriss der Atomkraftwerke und die Lagerung der radioaktiven Abfälle zu verwalten, dafür verantwortlich zu sein. Und die Energieversorgungsunternehmen bringen Rückstellungen für Abriss und Entsorgung ein. Und, das ist zumindest ein interessanter Aspekt, verzichten auf weitere Klagen, wenn der Bund im Gegenzug Gesamtrisiken übernimmt. Insofern sage ich, das wird so nicht passieren. Ich gehe dafür keinen politischen Konsens, obwohl die Idee eines öffentlich-rechtlichen Fonds oder die Organisation ja gar nicht neu ist. Da braucht man den Spiegel nicht für, da braucht man den Piraten auch übrigens nicht für. Das hat übrigens noch einmal in der aktuellen Debatte die Bundestagsabgeordnete Höhen ja in Erinnerung gerufen. Und da fand ich übrigens, Herr Minister, dass Ihre Vorgängerin, Ihre grüne Vorgängerin Höhen, sich in der Debatte viel klüger eingebracht hat, als das, was Sie getan haben, sozusagen nur entsprechend da die Schlagzeile zu bedienen. Ich fand das sehr klug, dass sie sozusagen da noch den Finger in den Wunden gelebt hat. Und dass ich hier an der Stelle bei Frau Höhen loben muss, verwundert mich selber. Aber mit der Abgrenzung zu Herrn Remmel mache ich das gerne. Unabhängig von der Debatte, die Bad Bang für das Atom, und unabhängig davon, dass wir hier sagen, diese Debatte ist damit beendet, wird sie weiter geführt werden müssen. Übrigens auch, weil es einen ganz konkreten Handlungsbedarf gibt. Und auch das Öko-Institut bescheinigt uns ja heute, sehr genau hinzuschauen, wie wir es ja weiter organisieren. Der Handlungsbedarf besteht darin, dass die Energieversorgungsunternehmen in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation sind. Gesetzlich verpflichtete Rückstellungen in den großen Energieversorgungsunternehmen sind sehr unterschiedlich gesichert. Die EVUs bilden Rückstellungen auf sehr komplizierte interne Kalkulationen. Und unabhängige Wirtschaftsprüfer stellen jedes Jahr sicher, dass das Geld auch wirklich vorhanden ist. Ich will übrigens an dieser Stelle sehr deutlich sagen, dass bisher die EVUs ihren Verpflichtungen im Sinne des Verursacherprinzips bis jetzt vollumfänglich auch nachgekommen sind. Das ist ein Umstand, der oft vergessen wird in der Debatte. Beträchtliche Summen sind bereits in Rückbau und in Stilllegungsprojekte geflossen. Ich erinnere nur an das Projekt Gorleben. Ein Großteil der Kosten verursacht der Rückbau von Kernkraftwerken. Und darüber werden wir auch nur aufgrund politischer Beschlüsse weiter zu reden haben. Das Problem aus Sicht der EVUs besteht darin, dass es zurzeit keine Planungssicherheit mehr für sie gibt. Ihre Investitionen in Kernkraftwerke wurden auf Basis längerer Laufzeiten getätigt, die nach den Ergebnissen und Ereignissen von Fukushima durch die Politik verkürzt wurden. Und einher geht die Förderung der erneuerbaren Energien, die sich negativ auf den Cashflow der EVUs auswirken. Investitionen, die vor Jahren betätigt wurden, rechnen sich eben heute nicht mehr. Übrigens nicht nur in Kernkraftwerken, sondern genauso auch in Kohlekraftwerken und in Gaskraftwerken. Dazu kommt weitere politische Rahmenbedingungen, die wir selber entsprechend auch für die Energieversorgungsunternehmen erschweren. Das Standortauswahlgesetz. Wir stellen wieder alles auf Null, obwohl 1,7 Milliarden Euro in Gorleben investiert wurden, weil wir festgestellt haben, es gibt keinen gesellschaftspolitischen Konsens für dieses Endlager. Und deshalb ist die Frage, wie wir mit diesen Dingen weiter umgehen, losgelöst von der aktuellen Debatte zu führen. Und ich finde, ich will das auch in Erinnerung rufen, den Kollegen der Sozialdemokratie, das übrigens schon angelegt als Debatte im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Da heißt es auf Seite 43, das zitiere ich gerne, für den Rückbau, die Entsorgung und sichere Aufbewahrung von Materialien aus kerntechnischen Anlagen, die zur Erzeugung von Elektrizität dienen und gedient haben, werden Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern geführt, wobei auf Basis der entsprechenden Verhandlungsvereinbarung auch die Aufteilung der Kosten neu geregelt wird. Wir erwarten von den Kernkraftwerksbetreibern ihre Mitwirkung an der Energiewende und die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die geordnete Beendigung der Kernenergienutzung. Punkt, Ende, aus. Dem ist nichts hinzuzufügen aus Sicht der Union. Ziel ist damit in Deutschland, die Sicherheit des Restbetriebes der Kernkraftwerke und ihrer Entsorgung auch finanziell zu sichern, sozialverträgliche Lösungen für die Beschäftigten zu finden. Wir erwarten, dass die Kosten für den Atommüll und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen von den Verursachern getragen werden. Über die Realisierung der rechtlichen Verpflichtungen der Energieversorgungsunternehmen wird die Bundesregierung mit diesen Gespräche führen. Genau an dieser Stelle stehen wir, unabhängig davon, was die Piraten beantragen oder was der Spiegel schreibt. So einfach ist es manchmal, dass wir uns dieser Debatte stellen müssen, liegt gleichwohl auf der Hand. Zwei Diskussionspunkte will ich herausarbeiten, ganz kurz. Entweder, erstens, die endgültige Entbindung der Energieversorgungsunternehmen von der Verantwortung kann es nicht geben. Die EVUs haben maßgeblich von der Kernenergieerzeugung profitiert und müssen daher auch für die Kosten aufkommen. Das ist die Position der CDU. Zweitens, aus meiner Sicht sollte verhindert werden, dass der Bund oder die Steuerzahler für die Teile der Kosten aufkommen, die nicht mehr abgedeckt werden können durch die entsprechenden Rückstellungen von rund 30 Milliarden Euro. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Übrigens finde ich hanebüchen den Vorschlag, dass am Ende auch der Staat in einem Fonds oder in einer Stiftungslösung die Atomkraftwerke noch betreiben soll, wie es ja im Spiegelartikel suggeriert wird. Das ist in der Tat blanker Unsinn und würde sicherlich auch so nicht betrieben. Trotzdem gilt, diese Debatte über die Kosten der nuklearen Entsorgung, die grob geschätzt, je nach von neuem Standortausfall, abhängen. Und aber 4 bis 6 Milliarden Euro können wir dafür kalkulieren. Bei jedem Atomkraftwerk, was stillgelegt und rückgebaut wird, reden wir von 500 Millionen Euro. Insofern sind die Kosten, die wir kalkulieren, mit dem groben Daumen sicherlich da, aber abschließend noch nicht klar kalkulierbar, wie hoch der Atomausstieg wirklich kostenteuer, wie hoch der Atomausstieg am Ende wirklich finanziell zu schultern sein wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Krufen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Markert. Liebe Frau Präsidentin, verehrten Kolleginnen und Kollegen, netter Versuch, die Stromkonzerne ernten Hohn und Spott für ihren Vorstoß, die Folgekosten der Atomkraft den Steuerzahlern aufzubürden. So titelte die Frankfurter Rundschau vorgestern vollkommen zu Recht. Und Herr Krufen, Hohn und Spott angesichts der Zahlen, die Sie für den Rückbau eines einzelnen Atomkraftwerks hier zugrunde gelegt werden, könnte man an der Stelle Ihres Redebeitrags wahrscheinlich auch auf Sie beziehen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Krufen, Herr Eiskirch, auch wenn wir jetzt nicht den letzten Beweis und die letzte Bestätigung haben, dass das, was wir da beim Spiegel gelesen haben, die Konzerne tatsächlich so beschlossen hätten. Wir wissen doch, wie Politik funktioniert. Das ist möglicherweise auch nur erst mal ein Testballon, um zu sehen, wie die politische Landschaft funktioniert. Und das ist nicht ungewöhnlich in der Politik. Und deswegen ist es richtig, sich damit rechtzeitig auseinanderzusetzen. Das Einstreichen privater Gewinne und die Sozialisierung von Verlusten, Sicherheits- und Folgekosten, bei der Frage der Atommüllendlagerung, reden wir ja sogar von Ewigkeitskosten. Ein solches Ansinnen ist dreist, schäbig und keinesfalls marktwirtschaftlich. Dagegen, meine Damen und Herren, werden sich die Bürgerinnen und Bürger, also auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, mit Recht zur Wehr setzen. Und wir Grünen werden sie dabei politisch kräftig unterstützen. Ich kann mich da... Ach, Herr Rohwedder, es ist ja in den letzten Monaten beachtlich, wie Sie versuchen, irgendwie auf den Atomkurs und die anti-atompolitische Bewegung mit aufzuspringen. Aber ich habe das hier schon mal gesagt, wir haben schon demonstriert in Brockdorf und anderswo in Wackersdorf. Da war Ihr Segelboot noch nicht mal in See gestochen. Also insofern, diese Belehrungen dieser Art sind manchmal wenig hilfreich. Ich möchte stattdessen, lieber unsere Bundesvorsitzende Simone Peter, kritisieren und nicht kritisieren, Entschuldigung, anschließen. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang lieber unsere Bundesvorsitzende zitieren. Simone Peter sagte dieser Tage, Zitat, Das ist ein dreister Vorschlag der Konzerne, die Folgekosten der Atomkraft in Steuerzahler aufzubürden, nachdem die Unternehmen so lange prächtig daran verdient haben. Nicht zuletzt aufgrund staatlicher Subventionen. Wir fordern die Bundesregierung, so Frau Peter, weiter auf, keine Verhandlungen über diesen Fonds aufzunehmen. Die Verantwortung liegt hier klar bei den Konzernen, die für die vollständigen Kosten aufkommen und als deren Verursacher weiterhin finanziell haftbar bleiben müssen. Wir dürfen keinen Ablasshandel zulassen, mit dem sich Konzerne von ihrer finanziellen Verantwortung freikaufen. Zitat, ändere Simone Peter. Angeblich bieten die Atomkonzerne bei diesem Ablasshandel auch noch an, ihre Klagen gegen den beschleunigten Atomausstieg und gegen die Brennelemente Steuer im Gegenzug zurückzuziehen. Verantwortung, meine Damen und Herren, sieht gänzlich anders aus und hört sich auch anders an als dieses Jungtim. Das ist allerdings wohl auch eine Folge der seinerzeitigen Laufzeitverlängerung der Regierung Merkel. Die tatsächliche Werthaltigkeit der vorgeschriebenen Rückstellungen der Atomkraftwerksbetreiber steht auch bei uns in Frage. Dieser Vorschlag ist daher wohl auch ein Eingeständnis seitens der Unternehmen, nicht ausreichend vorgesorgt zu haben. Daraus folgt aber nicht, dass solch ein, wie der Spiegel schreibt, Geheimplan für eine Bad Bank für Atomkraftwerke eine demokratische und für die öffentliche Hand akzeptable Lösung sein kann. Apropos Bad Bank. Es ist doch absehbar, dass auch für Konzerne wie RWE und E.ON dann irgendwann einmal die soziale Marktwirtschaft und die aushöhrende Prinzip des Too Big to Fail eintreten könnte. Kapital würde entzogen, unabsehbare Kosten des Atomausstiegs könnten entstehen, der Konzern damit in Schieflage geraten und schon müsste die öffentliche Hand den Rettungsschirm aufspannen. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht, dass hier ein Privatoligopol plötzlich nach Verstaatlichung ruft, sobald es um Verluste geht, ungeachtet der Gewinne, die ja aktuell immer noch eingefahren werden, inklusive übrigens hier in Nordrhein-Westfalen der Gewinne der vergessenen Anlage der UAA in Gronau. Im Geist der Freiburger Thesen kann ich da nur sagen, dass für unsere Väter der sozialen Marktwirtschaft wie Rüstow, Böhm oder Eucken wohl eher eine Entflechtung dieser Oligopolstrukturen und auf jeden Fall die Gültigkeit des Verursacherprinzips ganz vorne gestanden hätten. Daher und auch in Anbetracht der Zeiträume, von denen wir hier faktisch reden, ist eine Stiftungs- oder Fondslösung zwar grundsätzlich diskussionswürdig und nicht von vornherein völlig abzulehnen, aber eben nicht zu den von den Konzernen diktierten Bedingungen, eben nicht zu den Bedingungen der von den Konzernen diktierten Bedingungen. Unter dem Motto, besser einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, wäre aus meiner Sicht ein Treuhandmodell, nach britischem Recht spricht man eher vom öffentlich-rechtlichen Trust diskussionswürdig, der auf die circa 35 Milliarden an Rückstellungen Zugriff nehmen muss, damit im Konkursfalle, wie etwa bei RWE, diese Mittel nicht verloren gehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wovon wir hier reden, von welchen Zeitspannen angesichts der Atommüllentsorgung. Mir ist kein Unternehmen bekannt, was über Tausende von Jahren in der Erdgeschichte existiert hätte. Sehen wir mal vom britischen Königshaus oder vom Vatikan ab, wenn man die denn dann als klassisches Unternehmen bezeichnen möchte. Aufgrund der zwingend gegebenen Notwendigkeit zur langfristigen Haltbarkeit des Rechtskonstruktes im Falle von strahlenden Hinterlassenschaften kommen daher für mich zwei Handlungsoptionen in Betracht, um das Begleichen der Ewigkeitskosten tatsächlich zu gewährleisten. Denn eine einfach gesetzliche Regelung wird das über die Jahrzehnte kaum sicherstellen. Zum einen eine Aufnahme einer entsprechenden Regelung in das Grundgesetz und zum anderen aber auch ergänzend möglich eine Regelung über einen entsprechenden Staatsvertrag. Darüber sollten wir nachdenken, wenn wir unseren Kindern und Enkeln nicht nur die Hochrisikolast des Atommülls überlassen müssen, sondern auch noch das Kostenrisiko für den Ausstieg, damit das zu tragen letztendlich nicht bei Ihnen hängen bleibt, sondern dort, wo es nach dem Verursacherprinzip hingehört, nämlich bei den Konzernen. Daran werden wir Grünen entschieden festhalten. Knapp zusammengefasst, und ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Die Konzerne sind in der gesetzlichen Pflicht, die sie zu erfüllen haben. Das Restrisiko für die öffentliche Hand und damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss so gering wie möglich gehalten werden. Und schließlich und letztens das Primat der Politik über die Wirtschaft gilt auch und insbesondere in diesem Fall. Dies werden die Leitlinien unseres grünen Handelns sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Brockes. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Beantragung dieser Aktuellen Stunde der Piraten ist wieder einmal ein gutes Beispiel leider dafür, wie man Politik eben nicht machen sollte. Leider hatten wir diese Diskussion auch im Oktober letzten Jahres schon mal zu einem ähnlichen Thema. Damals hat der Kollege Schmalenbach dazu gesprochen, dass er heute als energiepolitischer Sprecher Ihrer Fraktion nicht nur nicht redet, sondern eben auch scheinbar bewusst den Raum verlassen hat. Das deute ich jetzt insofern, dass zumindest er dazu gelernt hat und merkt, dass es falsch ist, wie Sie hier auf Spekulationsbasis Politik betreiben, meine Damen und Herren. Dann denken wir einmal daran zurück, an die Plenarwoche im Oktober letzten Jahres und die damalige aktuelle Stunde der Piraten. Zuvor gab es eine Zeitungsmeldung, ich möchte sagen, eine Zeitungsente, wie sich ja bestätigt hat, dass die RWE die Fortsetzung des Braunkohlentagebaus im Abbaugebiet Garzweiler II über das Jahr 2018 hinaus infrage stelle. Das, meine Damen und Herren, erschien damals, als Sie die Aktuelle Stunde beantragt haben, schon abwegig. Heute wissen wir sicher, dass es die rot-grüne Landesregierung ist, meine Damen und Herren, die Garzweiler infrage stellt und nicht das Unternehmen, meine Damen und Herren. Deshalb, Herr Kollege Markert, wenn ich Ihre Ausführungen eben vernommen habe, dann merke ich auch schon, wer bei diesem Thema hier zündelt und wer Geist dieser Aktivitäten ist, das Unternehmen oder die Unternehmen jedoch nicht. Meine Damen und Herren, es ist deshalb falsch, wenn hier auf Spekulationsbasis politische Debatten geführt werden. Diese Aktuelle Stunde hätten wir, wie damals schon, nicht gebraucht. Denn, als Sie den Antrag bei der Präsidentin zur Prüfung vorlegten, war das Thema schon geklärt. Die dpa meldete zu diesem Zeitpunkt bereits, Merkel, Doppelpunkt, keine Verhandlungen über Atomfonds. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verhandlungen über eine Übernahme des Atomgeschäfts von E.ON, RWE und EnBW durch den Bund dementieren lassen. Es gibt weder Verhandlungen noch Beschlüsse zu diesem Thema, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium betonen ebenfalls, es gebe hierzu keinen Kontakt mit den Konzernen. Und bisher, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, hat kein einziges Unternehmen, kein einziger Konzern diese Position hier vertreten oder diese Überlegungen sich zu eigen gemacht. Wie Sie in Ihrem Antrag darüber hinaus einen Bezug zum Land Nordrhein-Westfalen herstellen, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Der Spiegel berichtet über Spekulationen, dass die Energieversorger wohl eine Art Bad Bank für ihre Atomanlagen gründen wollen. In Ihrem Antrag heißt es dazu, ich zitiere, im Falle konsequenter Umsetzung der Stiftungsidee unter Einbringung der Rückstellungen würde Nordrhein-Westfalen sofort zur Kasse gebeten. Im Fall RWE redet man von notwendiger Kapitalerhöhung, was dazu führen würde, dass die Kommunen zur Kasse gebeten würden, um ihre Sperrminorität zu halten. Ihre Feststellung, meine Damen und Herren, dass Nordrhein-Westfalen sofort zur Kasse gebeten werden soll, ist Hanebüchen. Denn schließlich haben wir hier die Kommunen ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, wann und wie der RWE-Vorratsbeschluss zur Kapitalerhöhung ausgeübt wird. Mir scheint es eher, Sie suchten verzweifelt nach einem Thema, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Und um die aktuelle Stunde genehmigt zu bekommen, haben Sie den Antrag fantasievoll aufgehübscht, damit die Dramaturgie stimmt, um es einmal hier auch höflich auszudrücken. Trotzdem ist das zugrunde liegende Thema, meine Damen und Herren, ein ernstes. Daher möchte ich mich hierzu auch unabhängig vom Piratenantrag äußern. Wir haben derzeit das Problem, dass jährlich über 20 Milliarden Euro die Umverteilungsmaschinerie der EEG an die erneuerbaren Energien fließen. Die Erneuerbaren tragen zurzeit mit rund 25 Prozent zur Stromerzeugung bei. Im ersten Quartal waren es jetzt 27 Prozent. Aber gleichzeitig führen sie zu sinkenden Börsenstrompreisen, sodass die Kraftwerke, die über 70 Prozent unseres Stromes erzeugen, nicht mehr rentabel arbeiten können. Das betrifft, meine Damen und Herren, ganz massiv auch die AKW-Betreiber, sodass sich einige die Frage stellen, was passiert eigentlich bei einer Insolvenz eines AKW-Betreibers. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, was die Rücklagen für den Rückbau von Atomkraftwerken und die Endlagerfrage angeht, so gibt es glasklare gesetzliche Rahmenbedingungen. Es gilt das Verursacherprinzip, meine Damen und Herren, und das bedeutet, zuständig sind die Betreiber. Und dabei sollte es auch bleiben, meine Damen und Herren. Übertragungen der Rückstellungen auf Fonds oder Ähnliches brauchen wir nicht. Diese Idee hat der Landtag auch bereits im April eine Abfuhr erteilt, sogar mit Zustimmung der Grünen. Auch wenn Frau Höhn in Berlin das anscheinend nicht zur Kenntnis genommen hat oder nicht zur Kenntnis nehmen will. Meine Damen und Herren, worüber wir in erster Linie reden sollten, ist, wie müssen die Rahmenbedingungen auf dem Energiemarkt neu gefasst werden, sodass diejenigen, die zurzeit entscheidend zur Versorgungssicherheit beitragen, die fossilen Kraftwerke, und die brauchen wir noch bis mindestens 2050, in Zukunft auch wieder rentabel wirtschaften und weitere Rückstellungen bilden können. Wie kommen wir dahin, dass die Gewährleistung von Versorgungssicherheit als Komponente im Strompreis angemessen berücksichtigt wird? Und hier ist diese Frage nicht nur für die Kraftwerke, sondern auch für mögliche Speicherbetreiber wichtig. Hierüber sollten wir in diesem Hohen Hause debattieren, aber nicht, meine Damen und Herren, Scheindebatten, wie das hier die Piraten gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dün. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zumindest die letzten vier Redebeiträge hier haben doch eines sehr gemeinsam auch noch einmal deutlich gemacht. Wir reden hier über einen Presseartikel, der weder vom Bund noch von den Unternehmensvertretern, die dort genannt werden, in seinen Inhalten bestätigt wird. Wir reden über die Konzeption einer Stiftung, die in ihrer Ausgestaltung, ihrem Umfang, den Beteiligten und gegenseitigen Verpflichtungen in keiner Weise irgendwie feststeht. Wir reden über möglicherweise nicht leistbare Beiträge einzelner Beteiligter, über möglicherweise damit verbundene notwendig werdende Kapitalerhöhungen von Unternehmen, in die ihre Rückstellungen nicht auflösen könnten und sie dann in eine Stiftung einzubringen. Und wir reden über mögliche Auswirkungen auf NRW und seine Kommunen, die über ihre Beteiligung an der Finanzierung der Kapitalerhöhungen herangezogen werden könnten. All das tun wir nur auf der Grundlage eines Artikels vom 12. Mai 2014 im Spiegel. Die einen sagen, das war vielleicht ein Testballon, andere sagen, das ist der Aufguss eigentlich kalten Kaffees, weil es solche Diskussionen zu früheren Zeiten mal gegeben hat und man jetzt das journalistisch noch einmal aufgewärmt hat. Wie es auch sei, weder von den dort genannten Unternehmen wurde etwas bestätigt oder kommentiert, noch werden sie, auch das ist schon mehrfach zitiert worden, in der Bundesregierung bestätigt, die ja dann, wenn denn das stimmen würde, was in dem Artikel steht, mit in die Verantwortung genommen würde. Herr Ramsauer ist, glaube ich, nicht mehr Mitglied der Bundesregierung. Sie hat zu seinem persönlichen Leidwesen, aber wenn der irgendetwas sagt, hat das mal gar keine Relevanz für die Haltung der Bundesregierung. Die Bundesregierung führt im Gegenteil hierzu aus, wie Sie ja auch der Presse entnehmen konnten, Zitat, es gibt weder Verhandlungen noch Beschlüsse zu diesem Thema. Und deswegen ist es sehr schwierig, Vorschläge zu kommentieren, die sich im rein spekulativen Bereich bewegen. Und trotzdem ist unstreitig, dass uns das Thema Folgen des Atomausstiegs und damit verbundene Zukunftslasten in der Folgezeit immens beschäftigen wird. Das sollten wir dann aber auf der Basis eines gesicherten Konzeptes und gesicherter inhaltlicher Daten tun. Die Idee ist nicht neu, Rückstellungen für Rückbau und Entsorgung von Kernkraftwerken nicht mehr über die jeweiligen Unternehmensbilanzen, sondern zum Beispiel in einer Stiftung oder einem Fonds zu sichern. Aber über die Bedingungen und Risiken einer solchen Lösung wird man dann mit den Kernkraftbetreibern reden müssen. Und das wird weder kurzfristig noch auf der Basis von unbestätigten Presseberichterstattungen erfolgen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, und der Kollege Remmel wird das sicher nicht noch ausführen, dass die Umweltministerkonferenz sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Nichts anderes hat im Grunde auch die Bundestagsabgeordnete Höhen noch einmal in ihren Äußerungen bestätigt. Also da sehe ich überhaupt gar keine Differenzen. Und klar ist für uns als Landesregierung, und ich glaube, das in den Aussagen der Bundesregierung in gleicher Weise erkennen zu können, wir lassen die Unternehmen nicht aus der Verantwortung. Der Atomausstieg ist geschlossene Sache. Die Verantwortung tragen die Unternehmen und nicht die Steuerzahler. Meine Damen und Herren, auch die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat ohne Wenn und Aber noch einmal in den vergangenen Tagen zum Ausdruck gebracht, ich zitiere sie, Betreiber von Kraftwerken tragen die volle Verantwortung für Betrieb, Rückbau und Entsorgung. Und sie verweist damit auf das sogenannte Verursacherprinzip. Und ich habe nicht feststellen können, dass das in dieser Debatte von irgendjemandem grundsätzlich in Zweifel gezogen wird. Und deswegen werden alle diese Punkte in die Überlegungen mit einbezogen werden müssen. Dabei wird man in der Tat auch berücksichtigen müssen, dass die Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken zunehmend in Frage gestellt ist, ob durch kürzere Betriebszeiten, durch entsprechende Steuerung im Bereich der erneuerbaren Energien oder an sinkenden Strompreisen oder durch sinkende Strompreise an der Börse. So oder so ist aber klar, dass Spekulationen und Mutmaßungen in dieser Frage nicht weiterhelfen. Auch aktuelle Stunden, kurz vor Wahlterminen, nicht weiterhelfen, sondern sachlich fundierter Dialog mit denjenigen, die an diesem Thema arbeiten. Und das ist in dieser Landesregierung gewährleistet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Da die CDU zurzeit keinen zweiten Redner gemeldet hat, hat jetzt das Wort Herr Vandenberg für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir Herrn Schulz vorhin zugehört haben, habe ich natürlich viel Leidenschaft gehört. Und natürlich ist es so, keiner möchte, dass die Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Ich habe das aus keinem dieser Wortbeiträge der Fraktionen hier im Hause wahrgenommen, auch nicht von der Regierung. Und Gewinne privatisieren, Kosten sozialisieren, natürlich mit mir nicht, und das sage ich auch als überzeugter Sozialdemokrat. Aber, Herr Schulz, ein Stück weit müssen wir Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung an der Stelle auch mal ansprechen. Denn Sie stellen sich hin und sagen, das droht. Und die Einzigen, die hier mahnend stehen an diesem Puls, sind die Piraten, die sich hier mahnend hinstellen. Und Einzige war nicht die Rede. Ja, ja, lesen Sie Ihre Rede noch mal da. Sie haben gesagt, Sie stehen mahnend hier und wollen uns das hier verkünden. Also, ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, es gab ja mal Max Weber, der hat das auf den Punkt gebracht, was einen guten Politiker ausmacht. Leidenschaft und Augenmaß. Und das Zweite vermisse ich an dieser Stelle sehr deutlich bei Ihnen, das Augenmaß. Ich komme mal zum Augenmaß und zu der Sachlichkeit, die Sie einfordern, Herr Schulz. 36 Milliarden Rückstellungen. Zum großen Teil in Rückstellungen gebunden, die nicht in Geld vorliegen, sondern auch in anderen Kraftwerksleistungen. Gleichzeitig eine Situation, ein Angebot oder eine Verhandlungssituation, die dort aufgebaut werden soll, wo man künftige Einnahmen von Atomkraftwerken mit verrechnen will. Und was ich eigentlich das Spannendste fand, die Prozessrisiken mit einbringen will in eine entsprechende Verhandlung, die man dort ankündigt. Meine Damen und Herren, das klingt in der Tat dreist. Das hört sich an nach Ablasshandel. Denn ein Prozessrisiko von 15 Milliarden Euro, wie man es im Augenblick schätzt, kann ja nicht ernsthaft ein Gegenwert von Verhandlungen sein. Denn, meine Damen und Herren, schließlich liegen diese 15 Milliarden Euro ja niemals auf der Haben-Seite für den Rückbau von Anlagen vor oder auch für die Endlager-Problematik. Deswegen sage ich, das ist eher eine Drohung. Andere sagen vielleicht über eine Erpressung. Keine Frage. Aber umgekehrt muss man sich auch fragen, Herr Schulz, ist es falsch, wenn die Energiewirtschaft jetzt wieder ernsthaft mit der Politik in Gespräche über diese sensible Frage kommt? Und da sage ich, das ist sinnvoll. Und es ist ja auch nicht so, Herr Schulz, wie Sie vorhin gesagt haben, als hätten Sie, und da haben Sie eine Drucksache zitiert, die Fondslösung jetzt erfunden. Also es ist, glaube ich, zwei Jahre her, da hat Greenpeace das schon in die Debatte eingebaut. Und es gibt auch andere politische Kräfte im Saal, die da eher das Urheberrecht für sich reklamieren können als die Piratenfraktion. Bleiben Sie an dieser Stelle. Wir gehen, weil wir sensibel mit der Frage umgehen, ja, und weil wir uns auch damit beschäftigen müssen, was ist eigentlich hier eine angemessene Lösung. Wenn wir uns die Ausgabenseite betrachten, die Risiken des Rückbaus und der Endlager-Problematik sind ziemlich unübersehbar. Man schätzt zwischen 500 Millionen bis 1 Milliarde pro Meiler. Bei der Frage, wie das Endlager aussehen kann, gibt es Schätzungen, die bis zu 10 Milliarden Euro hinaufgehen. Von daher ist es durchaus aus meiner Sicht sinnvoll, sich einmal Gedanken zu machen, ob der Kapitalstock, den man jetzt bei Rückstellungen hat, von 30 bis 40 Milliarden Euro, irgendwann einmal auch wirtschaftlich eingesetzt werden kann, um auch zusätzliche Risiken in Zukunft anzugehen. Das halte ich nicht für eine a priori falsche Überlegung. Was man aber an der Stelle mal herausarbeiten muss, ist, dass das Problem natürlich eigentlich erst entstanden ist, dass dadurch, dass eine Atompolitik in diesem Lande eingeleitet worden ist, die nicht, wie wir es damals mit Rot-Grün versucht haben, auf dem Wege einer Verhandlungslösung zustande zu kommen, sondern durch einen strikten politischen Eingriff. Die vorherige Atompatronin Angela Merkel wurde quasi über Nacht zur Ausstiegskanzlerin und wollte Ruhe an dieser Atomfront. Diese hektischen Entscheidungen, dieser Zickzackkurs sind der eigentliche Grund der Problematik. Und, meine Damen und Herren, deswegen sollten wir eine Risikobewertung vornehmen, in alle Richtungen. Wenn Konzerne in völlige Schieflagen geraten, werden auch Rückstellungen wertlos. Und bereits heute sind ja massive Abschreibungen auf Kraftwerke, die als Rückstellungen dienen sollen, vorgenommen worden. Hier offenbart sich wirklich der Konstruktionsfehler der Merkelschen Energiewende von 2011. Man erklärt zwar, dass man als Industrieland nicht gleichzeitig aus Atomenergie und Kohle aussteigen könne, Man konstruiert diese Wände aber so, dass neben der verordneten Abschaltung der Atomkraft die Deckungsbeiträge aus dem sonstigen Energiepark, aus dem sonstigen Kraftwerkspark massiv abnehmen. Das ist heikel. Und das ist eben auch eine Situation, an der wir politisch nicht unschuldig sind. Es gilt also, die Sache nüchtern zu bewerten. Konzerne, die über Jahrzehnte Gewinne mit Atomenergie eingefahren haben, dürfen in keinem Fall aus ihrer Verantwortung herausgenommen werden. Wir werden auch nicht vergessen, dass die jetzige Konstruktion mit den Rückstellungen und den steuerfreien Rückstellungen faktisch natürlich wirken wie eine interne Bank. Experten gehen davon aus, dass dies einen Wert von mindestens 50 Milliarden Euro in der Vergangenheit an zusätzlichen Gewinn für diese Energiewirtschaft bedeutet hat. Andererseits ist es aber auch sinnvoll, dass Rückbau und Endlagerung natürlich auch schwierig nur bei den Unternehmen aufgehoben ist, die faktisch kein eigenes Interesse mehr an dieser Technologie und an der Atomwirtschaft haben. Eine problematische Situation. Deswegen unser Appell, nicht gesinnungsethisch an dieses Thema heranzugehen, wie Sie es gemacht haben, Herr Schulz, sondern verantwortungsethisch, wie es uns Max Weber vorgegeben hat. Er hat mal so schön gesagt, verantwortlich fühlt sich der Gesinnungsethiker nur dafür, dass er die Flamme der reinen Gesinnung, die Flamme zum Beispiel des Protestes und Ähnliches, nicht ernichten lässt. Wenn man verantwortungsethisch handelt, darf man eben nicht die voraussehbaren Folgen seines Handelns aus dem Blick verlieren. Und das ist die Aufgabe von politisch Handelnden, eine Balance zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik hier hinzukriegen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Witzel. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Rechtslage ist klar und sollte auch nicht geändert werden. Wir brauchen keine Bad Bank für den Umgang mit Kosten des Atomausstiegs. Die Kraftwerksbetreiber sind zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle gesetzlich eindeutig verpflichtet. Und dabei soll es auch bleiben. Die Kernenergierückstellungen sollen dabei gewährleisten, dass diese Verpflichtungen auch finanziell erfüllt werden können. Basis der Rückstellungen sind bestehende Verträge, Begutachtungen externer Experten, sowie für die Endlagerkosten auch die Überprüfung seitens des Bundesamtes für Strahlenschutz. Dass diese Basis in den Rückstellungswerten berücksichtigt wird, überprüfen unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Berechnungen dieser Rückstellung werden ferner, auch der Finanzverwaltung, im Zuge der steuerlichen Betriebsprüfung zugänglich gemacht. Und die Vorteile dieser bisherigen Lösung liegen auf der Hand. Die Anlagenbetreiber haften für öffentlich-rechtliche Entsorgungsverpflichtungen mit ihrem gesamten Konzernvermögen. Die Haftung ist also gerade ausdrücklich nicht begrenzt auf speziell die zur Bedienung der Rückstellungen auf der Aktivseite ausgewiesenen Mittel. Das erhöht die Insolvenzsicherheit. Die Rückstellungen sind verfügbar, wenn sie gebraucht werden. Die Abstimmung von Investitionsstrategie und Finanzplanung soll dabei sicherstellen, dass die benötigten finanziellen Mittel auch dann bereitstehen, wenn Zahlungen anfallen. Und die Fondslösung, die die Piraten ja immer gerne ins Spiel bringen, die hat natürlich hohe Risiken. Wenn Sie die Mittel in einen Fonds überführen, dann haftet eben nicht mehr als Haftungsmasse das gesamte Konzernvermögen, sondern ausschließlich der Anteil des Geldes, der in die Fondslösung überführt wurde. Und wenn Sie sich mal nüchtern, auch in Zeiten der Finanzmarktkrise, die hinter uns liegt, anschauen, welche Entwicklung dort auch Anlagen genommen hätten, wenn eben nicht in unternehmerische Assets investiert worden wäre, sondern nur in Wertpapiere. Das können Sie dann in der Schweiz tatsächlich besichtigen, welche Abschreibungen da auch stattgefunden haben. Insofern war sicherlich historisch, dass auch nicht der falsche Weg, der weniger Erträge auch in der Erwirtschaftung von Haftungsmasse entsprechend mit sich gebracht hat. Es gibt klare gesetzliche Grundlagen. Paragraf 9a Absatz 1 Satz 1 des Atomgesetzes ist eben auch hier schon erwähnt worden. Zur Gewährleistung dieser Verpflichtungen gibt es eben genau das System der Rückstellung. Und der Staat käme in Ermangelung sonstiger Verpflichteter, das ist ja genau die Sorge, die Sie hier geäußert haben, nur dann ins Spiel, wenn die Betreiber selber wirtschaftlich gar nicht mehr in der Lage wären, ihre Entsorgungsverpflichtungen zu erfüllen. Und diese Situation muss selbstverständlich vermieden werden. Und deshalb lassen wir keine Gelegenheit aus, auch wenn es hier um Diskussionen geht zur Reform des EEG, selbstverständlich zu thematisieren, dass Energieversorgungsunternehmen auch mal wieder eine Perspektive in unserem Land bekommen müssen, auch betriebswirtschaftlich sinnvoll wieder wirtschaften zu können. Die Einrichtung von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ist gemäß Paragraf 9a Absatz 3 des Atomgesetzes Aufgabe des Bundes zur Deckung des notwendigen Errichtungsaufwands, also nicht für den Suchprozess nach dem bestmöglichen Endlager, aber für dessen Errichtung werden nach der Endlager-Vorausleistungsverordnung von den Energieversorgungsunternehmen Vorausleistungen erhoben. Auch insoweit obliegt die Finanzierung also den Betreibern und nicht, wie oftmals in der öffentlichen Diskussion suggeriert, der öffentlichen Hand. Wir haben im letzten Plenum bereits eine Debatte gehabt, ob es potenziell im weiteren Prozess des Kernenergierückbaus Belastungen für öffentliche Haushalte, auch hier in unserem Land Nordrhein-Westfalen geben kann. Genau diese Frage, welche finanziellen Verpflichtungen können auf das Land Nordrhein-Westfalen im Worst Case noch zukommen, hat für die Landesregierung in der letzten Plenarrunde Minister Schneider wörtlich beantwortet mit dem Hinweis, ich kann Ihre Frage an dieser Stelle bei aller Liebe nicht beantworten, will dies aber auch nicht. Das war für uns Anlass, das Thema noch einmal in der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses unter die Lupe zu nehmen. Dort gab es den Bericht des Finanzministers, der hier klargestellt hat, dass keine absehbaren Kosten auf das Land Nordrhein-Westfalen zukommen werden und dieses Szenario nicht absehbar ist. Und deshalb darf ich an die Antragsteller appellieren, lösen Sie gemeinsam mit uns das eigentliche Problem, das Sie an Ihrem Antrag meinen, nämlich, dass die, die verpflichtet sind und die selbstverständlich auch weiterbleiben sollen, als Energieunternehmen auch die Kosten für den Rückbau der Kernkraftwerke zu unternehmen, dass wir einen Energiemarkt haben, wo auch mit konventionellen Energien zukünftig betriebswirtschaftlich Energie produziert werden kann. Dann werden sich die Fragen der zukünftigen Kapitalausstattung auch so nicht stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Winzel. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Margart. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich war die politische Messe ja schon nach der ersten Runde hier gelesen, aber einige wollten ja unbedingt noch eine zweite Runde. Deswegen, drei Aspekte erscheinen mir dann doch noch mal wichtig, dass man da noch mal einen Blick drauf richten sollte. Es ist vorhin insbesondere von Herrn Brockes, aber auch von Minister Dün noch mal die Frage gestellt worden, ist das Thema eigentlich längst abgeräumt? Ich habe da vorhin zu gesagt, es handelt sich wohl um einen Testballon, weil selbst dann, wenn es keine Verhandlungen und keine Beschlüsse gegeben hat, Gespräche hat es wahrscheinlich gegeben. Und ich habe auch den Eindruck, wenn da alles nichts dran wäre, dann hätten die Konzerne längst laut und vernehmbar gesagt, da ist nichts dran, könnt ihr in eine Schublade packen. Ein solches Dementi ist mir nicht bekannt und deswegen bleibe ich dabei. Es war ein Testballon und deswegen ist es auch gut, dass wir uns hier politisch positionieren. Zweitens, Herr Witzel, Sie haben das ja noch mal in der Ihnen üblichen sehr leisen und zurückhaltenden vornehmenden Art vorgetragen. Herr Brockes war da laut und vernehmbar, dass Sie glauben, dass das Verursacherprinzip schon in diese jahrhundertelange Zukunft gerichtet funktionieren würde. Da möchte ich Ihnen ehrlich sagen, lieber Dietmar Brockes, ich habe großen Respekt vor Menschen, die Gottvertrauen haben. Aber diese Art von Konzernvertrauen, dass wir es auch in 100 oder 200 oder 300 Jahren noch mit RWE, mit E.ON oder deren Rechtsnachfolgern zu tun haben, die kann ich nicht teilen. Da bin ich schon baff erstaunt, wie sehr Sie so weit in die Zukunft schauen können und wie weit Ihr Konzernvertrauen hier reicht. Und es ist aller Ehren wert, Herr Brockes, es ist aller Ehren wert, darüber nachzudenken, was denn eigentlich passiert, wenn ein Konzern wie RWE, was wir natürlich alle nicht wollen, aber wenn die in Konkurs fallen, die haben ja immerhin Verbindlichkeiten von 30 Milliarden Euro. Da muss man doch darüber nachdenken, was aufgrund der langen, strahlenden Zukunft von diesen Hinterlassenschaften, was wir da letztendlich antworten, wenn die Konkurs fallen. Und da muss man doch sich einer Lösung annähern, die für den Steuerzahler und die Steuerzahlerin möglichst verträglich ist. Ich meine, die Ewigkeitskosten in der Braun- und Steinkohle sind ja schon in lange Dimensionen. Da reden wir schon das ganze Jahrhundert jetzt wahrscheinlich noch drüber. Aber bei der Atomkraft, da geht es doch über Hunderte, über Tausende von Jahren. Und da wird man sich doch noch mal Gedanken darüber machen dürfen, ob es nicht legitim ist, die Rückstellung zumindest jetzt treuhänderisch zu verwalten. Ich habe da vorhin zu gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ich füge hinzu, lieber Herr Kufen, und da bin ich dann doch noch mal bei Ihnen, es gibt ja auch eine Spekulation, das wäre der dritte Aspekt jetzt in der Debatte, wie hoch sind eigentlich die Ausstiegs- und Entsorgungskosten. Und jedes Großprojekt, was wir in Deutschland haben, und das gilt insbesondere auch für dieses Nuklear-Fiasko, was wir da abzuwickeln haben, jedes Großprojekt ist in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart bis heute immer teurer geworden, als es ursprünglich geplant worden ist. Und deswegen glaube ich, dass Studien von Greenpeace, die sagen, die 35 Milliarden reichen mitnichten aus, dass man die ernst nehmen sollte. Eine Rückstellung heißt ja nicht, dass man dann hinterher sie auch total in Anspruch nehmen soll, aber genug Geld in der Hand zu haben, um sich dieser Verantwortung nach dem Verursacherprinzip überhaupt erst stellen zu können. Der muss man sich doch auch stellen. Und deswegen habe ich hier dafür plädiert, das nicht runterzurechnen. Greenpeace spricht von mindestens 44 Milliarden, die notwendig sein werden. Nun kann man sagen, da muss man andere Zahlen haben. Kollege Schulz möchte da wahrscheinlich von 440 Milliarden reden. Aber jedenfalls, es wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Und deswegen tun wir gut daran, Modelle jetzt zu diskutieren, die nicht dem Steuerzahler zulasten fallen. Und wir tun vielleicht auch gut daran, bei den Gesprächen mit den Konzernen zu überlegen, ob die nicht auch jetzt aus den Gewinnen, die sie aus der Nukleartechnologie bis heute einfahren, in Gronau, an jedem Atomkraftwerkstandort, ob die da nicht letztendlich auch noch mal Mittel in die Hand nehmen, um ihre Rückstellungen zu erhöhen. Denn nach dem Atomgesetz sind sie dafür verantwortlich, diese Kosten zu gewährleisten. Und sie machen täglich Gewinne, dann sollen sie auch täglich im Prinzip die Verantwortung übernehmen. Das wäre gut, Herr Witzel, Herr Brockes, wenn Sie bei Ihren intensiven Gesprächen, die Sie ja möglicherweise mit diesen Konzernen, denen Sie so stark vertrauen, denen Sie so stark vertrauen, wenn Sie denen das da vielleicht auch vermitteln würden. Sie haben ja so ein großes Vertrauen, vielleicht führen Sie diese Gespräche ja bereits. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wackert. für die Fraktion der Piraten spricht Herr Abgeordneter Rohrwetter. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und draußen im Stream, Erstmal möchte ich schöne Grüße ausrichten von unserem energiepolitischen Sprecher an Sie, Herr Brockes. Wenn Sie zum Thema Energiepolitik reden, da kann man schon mal rausgehen, da kommt nichts, was sich zuzuhören lohnt. Herr Markert hat sich hier hängestellt von den 90 Grünen und uns vorgeworfen, wir würden uns jetzt seit einigen Monaten immer an die Antiatomkraftbewegung heranzuhängen versuchen. Herr Markert, das ist nicht Ihr Problem. Sie haben mit der Antiatomkraftbewegung nichts zu tun. Seit Jahren schon nicht mehr. Sie haben gesagt, Sie hätten in Burgdorf demonstriert, Herr Markert, als 1976 im Herbst in Flensburg Flugblätter verteilt wurden mit dem Aufruf in Burgdorf zu demonstrieren, war ich dort presserechtlich verantwortlich auf diesen Flugblättern. Da waren Sie acht Jahre alt. Sie haben nirgendwo demonstriert damals. Aber es ist ja sehr schön, dass alle hier betonen, betonen, dass die Eigentümer der Atomanlagen die Finanzierung der Entsorgung übernehmen sollten. Genauso schön wie scheinheilig. Das Land ist in keiner Weise Eigentümer des Atomkraftwerks, des sozialdemokratischen Staatsreaktors THTR 300 Hammöntrop. Und dennoch hat diese Landesregierung, SPD und Grüne, im Haushalt 2014 eineinhalb Millionen Euro für dieses Atomkraftwerk eingestellt. Eigentümer sind RWE und E.ON unter anderem, das zur Glaubwürdigkeit hier. Die Unverfrorenheit von E.ON, RWE, E.N.B.W. und Vattenfall schlägt die Gier und Unverschämtheit der Banken in der Krise um Längen. Genau wie bei der Finanzkrise haben Politik und Konzerne die Entsorgungskrise selbst verschuldet. Jahrzehntelang wurden Jahr für Jahr mit den Atomkraftwerken Milliarden verdient. Jahrzehntelang flossen die Subventionen für den Atomstrom. Aufsummiert sind das bis heute mindestens 177 Milliarden Euro, wie die Stiftung für ökologisch-soziale Marktwirtschaft das errechnet hat. Und von der gesetzlich vorgeschriebenen sicheren Entsorgung einem Endlager ist bis heute nichts zu sehen. Man lässt die restlichen Atomkraftwerke dennoch weiterlaufen, genau wie die Urananreicherungsanlage in Gronau und Atomtransporter auf allen Wegen in Nordrhein-Westfalen. Endlagerung gibt es bisher nur für abgebrannte Parteistäbe in der Form von Gruß-August-Pöstchen in Aufsichtsräten. Und ständig rollte Rubel in Form von Parteispenden. Auch in NRW wurde so über die Jahre die politische Landschaft gepflegt. SPD und Grüne im Bund, die Schröder-Fischer-Regierung garantierte sogar die Laufzeiten bis in die 2020er und verkaufte das als Einstieg in den Ausstieg. Schwarzgeld zog dann die Verlängerungsoption, die zwischen den Zeilen und musste sie nach Fukushima wieder zurücknehmen. Nach wie vor gilt, die Zukunft gestaltet man am besten mit der Technik der Vergangenheit. Wir dagegen meinen, dass die Probleme, die altes Denken verursacht hat, nur durch Umdenken gelöst werden können, zum Beispiel durch dieses hässliche kleine Ökostromgewächs, das man übersehen hatte und vergessen zu zertreten. Es war gewachsen und verdrängte mit aller Kraft die großen Kraftwerke. Es setzte sich gegen alle Widerstände durch, denn es bekam seine Energie einfach, gratis und im Überfluss von Sonne und Wind. Damit hatte man nicht gerechnet. 25 Prozent grüner Strom im Netz, da sind das aus für die nuklearen Gelddruckmaschinen. Und nun wird es ernst. Der Rückbau der Atomkraftwerke viel zu teuer. Das Endlager gar nicht da und unbezahlbar sowieso. Bis dahin Zwischenlagerung, die auch Geld kostet, Ewigkeit, Schäden, Ewigkeitskosten. Also klagt man auf Schadensersatz auf dem normalen Rechtsweg oder außerhalb der Rechtsstaatlichkeit via Investorenschutz wie Vattenfall. Und man zerschießt das EEG, sabotiert die Energiewende. Ab 2017 bekommen die Schrottreaktoren eine gigantische Steuerbefreiung, damit ihr weiter Betrieb sich lohnt. Dazu mit Erlaubnis des Tridiums ein Zitat von Jochen Stey von Ausgestrahlt auf der Energiewendedemonstration in Berlin am Sonnabend. Würden die Atomkraftwerke schneller als geplant abgeschaltet, dann verringerten sich die riesigen Überkapazitäten im deutschen Strommarkt, damit stabilisiert sich der Börsenkreis und die GEEG-Umlage sinkt. Die Bundesregierung plant das Gegenteil. Und jetzt noch einmal der Bezug zu Nordrhein-Westfalen. Die neue unbefristete Zwischenlagerung, unbefristete Zwischenlagerung, schon mal ein Widerspruch in sich, für 60.000 Tonnen Uranoxid in Gronau, durchgesetzt von Rot-Grün, wird nur einige Jahre reichen. Mehr als 12.500 Tonnen warten schon in Piellat, in Südfrankreich auf den Transport. Das geht aus der Antwort auf meine Kleine Anfrage, Drucksache 165732, hervor. Die Thorium-Uran-Globuli aus Hamm lagern in Wülich ohne Genehmigung, aufgrund von halbjährlich verlängerten Anordnungen. Was wird aus der GNS in Duisburg, dem Lager in Aarhaus? Auch auf Landesebene wird alles getan, die Probleme zu verschärfen. Unsere Anträge zum Ausstieg aus der Nukleartechnologie im Zusammenhang mit Stromproduktion in Nordrhein-Westfalen wurden von den vier Pro-Atom-Parteien hier im Landtag abgelehnt. Und das alles reicht jetzt immer noch nicht. Es kommt der Vorschlag, die Atomkraftwerke samt Risiken und Kosten für den Ausstieg für Zwischen- und Endlagerung in eine öffentlich-rechtliche Stiftung zu überführen. Das ist absurd. Das Risiko für Rückbau, Zwischen- und Endlagerung muss bei den Konzernen bleiben. Ein letzter Satz. Und wenn das die Konzerne in die Insolvenz treibt, die übergangsweise nötigen Kraftwerke können mit neuen Eigentümern weiterlaufen. Wer verdient, der haftet. Alles andere wäre Betrug am Volk. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Römmel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat ist es das Problem dieser Debatte, das haben ja verschiedene Redner schon betont, auch mein Kollege Wirtschaftsminister, dass wir eigentlich keine Grundlage haben, auf der wir diskutieren. Gleichzeitig läuft das aber trotzdem ein Schlaglicht darauf, wo eigentlich diskutiert werden müsste. Weil wir können uns, ich sage mal, die ideologischen Einordnungen ein Stück sparen, weil das ist sozusagen die Folie, die hier noch mal, vor allem von Piraten und auch ordnungspolitisch akzentuiert von der FDP genutzt worden ist. Aber das eigentliche Problem wird dadurch ja nicht gelöst. Und insofern finde ich es schon sinnvoll, darüber zu diskutieren. Ich finde es schon sinnvoll, dass das auf der Tagesordnung steht, weil endlich der Fokus auch dahin gelegt wird, wo er hingehört. Wir leisten uns seit zwei Jahren eine Debatte über Strompreise und Kosten. Aber wo die wahren Kosten liegen, eines Systems, was vor 40 Jahren auf den Weg gebracht ist und was ewig abzufinanzieren ist, das macht diese Debatte sehr deutlich. Und deshalb finde ich es sinnvoll und notwendig, dass der Fokus hier gelegt wird. Im Übrigen auch nicht zur Unzeit. Lassen Sie uns doch mal vergleichen, wie war das denn bei dem aus meiner Sicht sehr viel einfacheren Problem der Strukturierung, der Abwicklung der Steinkohle. Wann ist denn die RAG gegründet worden? 2007 ist die RAG-Stiftung gegründet worden. Also elf Jahre, bevor der Ausstieg aus der Steinkohle Wirklichkeit wird. Wann soll denn der Ausstieg aus der Atomenergie Wirklichkeit werden? 2022, das sind nicht mehr elf Jahre. Und wir haben noch nicht die Situation erreicht, wie 2007, dass es schon eine Zusammenführung der deutschen Steinkohle gegeben hat. Also die Konstruktion, um dann in eine Form zu kommen, ist in Sachen Atomenergie noch überhaupt nicht erreicht. Also wir haben keine Zeit zu verlieren an dieser Stelle, diese Frage tatsächlich auch auf die Tagesordnung zu setzen. Und dann will ich auch die besonderen Interessen Nordrhein-Westfalens an dieser Stelle betonen. Wir sind ja hier ein Stück gebrannte Kinder. Weil wir haben politisch hoffentlich einen Konsens in der Vergangenheit, allerdings eher getragen von Sozialdemokratie und Grünen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen keine Atomenergie haben wollten und wollen. Aber deshalb sind wir auch früher mit den Problemen beschäftigt gewesen. Wie ist das denn später mit der Abwicklung? Also wir haben Erfahrungen in Jülich, wir haben Erfahrungen beim THTR. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in Zukunft von den Möglichkeiten, die auf uns zukommen, vielleicht auch Haftungen freistellen. Dass wir unsere Interessen formulieren, weil wir haben hier auch zwei große Energieunternehmen mit Arbeitsplätzen, die wir am Standort halten wollen, und es kann doch nicht sein, dass wir für die Abwicklung an anderen Orten bezahlen, möglicherweise auch noch mit der Belastung unserer Arbeitsplätze hier, ohne eine klare Perspektive zu haben. Und deshalb ist es so notwendig, sich jetzt dafür einzusetzen, Regelungen zu finden. Und wenn wir uns hier einig sind, dass wir weder die Frage der rechtlichen Vermischung von Fragen, des Schadensersatzes akzeptieren, noch, dass die öffentliche Hand spätere Risiken finanziert, dann bleibt doch, wie können wir sichern, wie können wir die öffentlichen Interessen sichern, wenn es um die Rückstellung geht. Und das ist das zentrale Moment. Und Herr Kufen, ich bin ein bisschen irritiert. Schon gestern die Debatte hat gezeigt, dass Sie so etwas irrlichternd durch die Gegend laufen. Aber heute, das war noch mal sozusagen der Ritt über das Kukosnetz. Also, da war nicht wirklich was drin. Wo soll es denn hingehen? Wie strukturieren Sie denn das Thema? Und Sie haben ja ganz bewusst zitiert aus dem Koalitionsvertrag. Ein langes Zitat. Und am Ende, was kam dabei raus bei den Verhandlungen? Man will Gespräche führen. Man will Gespräche führen. Nein, nein, nein. Da müssen wir schon unterscheiden. Da müssen wir schon unterscheiden. Und insofern kommt es auch auf die CDU in Nordrhein-Westfalen und den Vorsitzenden der CDU, der ja an den Verhandlungen teilgenommen hat, an. Was wollen Sie? Wie wollen Sie das Problem lösen? Die Umweltminister, das ist erwähnt, haben einen Beschluss gefasst, schrittweise, ich kann das noch mal zitieren, eine Überführung der Rückstellung in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu machen. Im Koalitionsvertrag steht allerdings nur Gespräche zu führen. Nun sind die Verhandlungen ja so offen gewesen, dass man ungefähr weiß, was wer wollte. Die Sozialdemokratie wollte diesen Weg gehen, auch konkret festschreiben, zu einem Fonds zu kommen, der die Rückstellungen sichert. Aber offensichtlich die CDU-Seite nicht. Und das ist genau das Problem. In diese Lücke hinein wird die Diskussion im Moment geführt. Und deshalb ist es notwendig, dass Sie zu einer Position kommen, damit die öffentlichen Interessen auch gesichert und gewahrt sind. Und ich glaube, dass da insbesondere die CDU in Nordrhein-Westfalen eine Schlüsselstellung hat. Und deshalb, Herr Kufen, müssen Sie sich an dieser Stelle erklären. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Kufen. Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Remmel hat ja mittlerweile entwickelt, Angriff ist die beste Verteidigung. Und hat gesagt, Sie wollen Gespräche führen. Ja, Gespräche wollen Sie da auch führen. Das tun Sie doch nicht so, als wenn Ihre Politikgespräche ersetzen würde. Insofern ist es doch nur folgerichtig, das, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben. Und wir haben auch klar die Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen wir diese Gespräche zu führen haben. Es gilt das klare Verursacherprinzip. Insofern rede ich doch nicht raus und machen hier sozusagen nur Ablängungsmanöver. Ganz klar ist doch, dass sozusagen die Folie, die wir hier heute geschrieben haben, greift ich im Bild aus, heute ja nicht endet mit dem Antrag der Piraten. Aber eins ist auch klar, bei allen Debatten, die hier gehört, geführt werden. Niemand hat mehr Wissen über das, was im Spiegel steht, als das, was selbst im Spiegel drinsteht. Das ist der andere Punkt. Wir reden über einen Artikel, den wir alle gelesen haben und reden in der Aktuellen Stunde. Und dann kommt plötzlich Herr Markert daher mit großer Verschwörungstheorie, bis er bei den Piraten angesiedelt war, diese Theorie, er sagt, ja, das ist der große Kuh, das war der Testballon. Also das traue ich nicht mal, die wahrscheinlich auch nicht. Ernsthaft den Energieversorgern zu, dass sie so einen Testballon eine Woche vor der Europawahl starten lassen und damit dieser Idee aufs Pferd heben wollen, ja, da war das zumindest ein sehr schlechter Testballon, weil die Debatte ist ja offensichtlich in eine ganz andere Richtung gelaufen, als das wahrscheinlich beabsichtigt war. Und mein Eindruck ist, genau das war Absicht dieses Testballons, diese Debatte eben nicht zu führen. Ich will bei allem dem nochmal deutlich machen, unabhängig davon, zu welchem Modell wir hinterherkommen, unabhängig davon, welche Rechtsform wir wählen, die Energieversorgungsunternehmen werden nicht in der Lage sein, die Rückstellungen einfach so eins zu eins zu überführen, ohne ihre eigene Wirtschaftlichkeit zu gefährden. Und deshalb brauchen wir die Gespräche, Herr Minister. Deshalb brauchen wir die Gespräche. Und die Frage ist, sind die Rückstellungen adäquat? Sind sie gesichert? Und wie hoch sind sie denn? Dann kann ich nur Herrn Mattes zitieren aus dem Öko-Institut, der sagt, er geht davon aus, dass das realistische Zahlen sind, weil die Energieversorgungsunternehmen gar kein Interesse daran haben, sich arm und klein zu rechnen. Insofern will ich die Zahlen nochmal wiederholen, die ich vorhin aufgrund der kürzeren Redezeit nicht ausführen könnte. Meine Passage war, der Rückbau eines einzigen Kernkraftwerkes, grob geschätzt, zwischen 500 Millionen und einer Milliarde, bei ursprünglichen 21 Kernkraftwerken belaufen sich somit die Kosten also zwischen 11 und 21 Milliarden Euro. Diese vermutlich bis 2030 benötigt werden, weil der Rückbau zehn bis 15 Jahre dauert. Jetzt gibt es nicht wenige, die sagen, das ist zu wenig. Da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Da gibt es das Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, das Institut, die gehen von anderen Zahlen aus, und zwar von 34 Milliarden, dann ist aber die Endlagerung mit drin. Insofern würde ich mal sagen, so eng sind die Zahlen am Ende doch zusammen und vor allem nicht so, dass sie hier wie eine wilde Horde sozusagen am Ende der Rede einbringen müssen. Ich will deutlich machen, diese Debatte wird weiter geführt und die Große Koalition hat dazu den Fahrplan festgelegt, sehr klug, sehr verantwortlich und wir sind gut beraten unter diesen Gesprächen im Interesse aus Nordrhein-Westfalen zu beteiligen und nicht auf Testballons von wem auch immer Spiegelartikel vor Wahlen entsprechen. Das ist kein Ersatz von Politik, das ist die Simulation von Politik, aber hilft in der konkreten Frage keinem einzigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und wir sind damit am Schluss der Aussprache.